Hallo, ich bin die Julia Fodea, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Aston und bin die Miss Oberösterreich. Ich interessiere mich für Fitness, Mode, ich weise sehr gern und lese sehr viel. Du hast jetzt bald Matura, erzähl einmal. Das Schwierigste für mich ist einfach, dass ich wirklich sechs Stunden sitzen muss und eine Aufgabe bewältigen muss. Die längste Schularbeit, die wir hatten, war eine dreistündige und die war schon langweilig. Warum magst du Miss Austria werden? Weil ich jetzt eben nach der Matura noch lernfähig bin und ich möchte einfach so viel Erfahrung sammeln wie möglich. Weil ich auch Moderatorin werden will, glaube ich, ist es schon ein gutes Sprungbett für mich. Und ich möchte meinen Enkelkindern vielleicht später mal erzählen, dass ich Miss Austria war. Und ich spezielle Jahre nochmals nach draußen. Das ist pasta.